Das Chewbacca Deluxe Kostüm wirkt einfach tierisch echt. Nehm erst einmal alle Teile des Kostüms aus dem Karton und lege sie zurecht. Beachte dabei, dass die an den Kostümteilen angebrachten Schilder erst entfernt werden dürfen, wenn du dich für einen Kauf entschieden hast. Das Set besteht aus Maske, Handschuhen, Überschuhen, Umhängetasche und dem Fellanzug. Steige nun als erstes in den Fellanzug. Schlüpfe mit den Armen durch die Ärmel und verschließe ihn anschliessend mit den Knöpfen am Rücken. Lasse dir dabei gegebenenfalls von einer zweiten Person helfen. Stülpe nun die Überschuhe des Kostüms über deine eigenen. Mit einer leicht angefeuchteten Bürste lässt sich das Fell des Anzugs prima aufkämmen. Hänge dir nun die Tasche um. Chewbacca hat einen sehr großen Kopf, dementsprechend groß ist die Maske, die du gegebenenfalls mit etwas Stoff ausstopfen solltest, damit sie besser sitzt. Lege dir zuletzt die beiden Handschuhe an. Das war's für heute. Das war's für heute. Alles war's für heute. Beliebliche Kraft. Das war's für heute.